Moin, ich bin Kai vom Gnadenhof Brödel und das hier ist die kleine Nelly. Die wurde hier gerade so ein bisschen aufgepäppelt. Die ist ein Opfer des Februarsturbs gewesen. Vielleicht ist hier was gegen den Kopf geflogen oder so. Und die lag völlig bewegungslos auf der Wiese und konnte noch nicht mehr alleine aufstehen. Das war's. 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 Das war's.